Eyo Leute, Sef am Start. Ich hoffe ihr habt einen wundervollen Tag und ich melde mich mal bei euch mit einer kleinen, aber sehr sehr wichtigen Bitte. Viele haben sicherlich schon mitbekommen, dass YouTube momentan immer mal die Abo-Box versaut und euch die Videos von den Kanälen, die ihr abonniert habt, nicht oder nur teilweise angezeigt werden. Oder euch YouTube sogar komplett aus dem Abo rausschmeißt oder so ein Quatsch. Ja und da schreiben mir dann so Leute, ey Sef, warum hast du seit 50.000 Wochen kein Video hochgeladen? Und ich so, alles klar. An manchen Tagen funktioniert das einfach so wie es soll und an manchen geht es halt gar nicht. Und ich finde es ziemlich, ziemlich ärgerlich, vor allem weil irgendwie keiner was dafür kann, außer YouTube selbst oder irgendwelche technischen Probleme oder so. Deswegen tut mir bitte einen Gefallen, dauert wirklich nur zwei Sekunden. Und zwar geht mal bitte auf meine Kanalseite oder auf irgendein Video von mir und guckt mal neben dem Abo-Button ist so eine kleine Glocke. Klickt da mal bitte drauf und dann hakt mal diese Optionen an, mit dem Mitteilungen bekommen oder Benachrichtigungen anschalten und speichert das ab. Und dann bekommt ihr immer so eine kleine Nachricht, wenn ich ein Video hochgeladen habe, beziehungsweise kriegt ihr das dann immer in eurer Subbox angezeigt. Wäre mega cool, also echt, wenn ihr kein Video mehr verpassen wolltet, dann macht das bitte, weil momentan ist irgendwie, wie gesagt, so total random. Vorgestern ging es irgendwie alles super und ich merke das halt über wie viele Views dann reinkommen und wenn es halt irgendwie nicht klappt, dann, keine Ahnung, kriegen übelst viele Leute nicht mit, dass ein Video rauskam und so. Und das ist halt wirklich ziemlich blöd, weil ich will ja auch, dass ihr das guckt und ich meine, ihr habt mich ja auch deswegen abonniert, dass ihr meine Videos sehen wollt. Also, ja, tut es bitte, wäre ziemlich nice von euch und tut das vielleicht auch bei allen Kanälen, die ihr cool findet, die ihr abonniert habt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Vielen Dank für eure Ausmerksamkeit. Tschüss.